Hallo liebe Mutzis, kurze Durchsage und danach geht es gerade los mit der Folge. Meine Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viele Termine, geht schauen, wo ich will bin. Buchet Tickets, bevor es zu spät ist, Triads sind durch und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Deylae und Matteo Gutenrath. Also, kaufen Tickets auf www.joel-von-mutz-en-becher.ch bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spass mit der aktuellen Folge. Es ist eine gute Puppet jetzt einfach mal. Es ist mir eine wahnsinnige Freude, dass ich diesen Podcast mit dir machen kann. Ganz meinerseits. Weil ich habe fast nicht daran geglaubt. Ich habe irgendwie gedacht, wir kennen uns jetzt schon auch drei Jahre und haben immer wieder mal Kontakt und gesehen uns und ich finde das wunderschön. Und ich habe so gedacht, aber ich glaube, den Podcast, den macht er nicht. Wieso? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht kommunikativ. Du bist sehr kommunikativ. Oder du siehst mir das nicht der Wert. Manchmal hat man so das Gefühl, man würde Leute mit etwas mehr belästigen als etwas anderes. Und ich habe so gedacht, mit einem Podcast belästige ich dich vielleicht ein bisschen. Das sehen wir dann. Hast du schon mal einen gemacht? Also ich habe so ein Interview, so eine längere. Ja. Schon, ja. Aber ein Podcast, ja. Also ob es jetzt als Podcast geführt ist worden, weiss ich nicht. Aber ich bin gespannt. Ich auf jeden Fall auch. Also vielen, vielen Dank, bist du hier. Gerne geschehen. Und der Grund, warum ich dann unbedingt einen Podcast habe, ist, weil eben du sehr kommunikativ bist. Und ich höre wahnsinnig gerne deine Geschichten zu. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen, die diesen Podcast hören oder schauen, sicher auch. Weil was ich gemerkt habe, als wir das letzte Mal bei dir essen sind, deine Frau und deine Tochter, die haben die eine oder andere Geschichte, glaube ich, schon mal gehört. Ja, es könnte gut sein, dass es passiert in eurer Familie, dass sie sagen, oh, fällt Papi nicht scho. Also Daddy, nein, sie ist, nein. Aber es kennen sie noch nicht ganz alle, oder? Genau. Und ich habe das Gefühl, da gibt es zwei, drei Leute, die kennen sie noch nicht. Weil ich bin natürlich, ich bin ein Stück weit mit dir aufgewachsen, mit deiner Musik aufgewachsen. Und dann habe ich mit der Zeit natürlich mehr erfahren über dich. Hauptsächlich durch die Medien. Und ich bin immer schon fasziniert gesehen von dem, ich sage eigentlich so ein bisschen Hippie, der dann findet, er geht jetzt um die Welt zu segeln. Ja, also ich bin sehr, glaube ich, ein organisierter Hippie gewesen. Aber die Radikalität mit der Gegenwart zu brechen und einen Brauch in Kauf zu nehmen, da glaube ich, bin ich bereit gewesen, weil es mir eben wichtig war. Das ist vielleicht schon ein bisschen Hippiehaft. Für das Schweizer Verhalten ist es sicher, oder? Ja, genau. Sicherheit, das Denken. Schau, das Leben bewegt sich zwischen zwei Zonen. Einerseits Freiheit, die andere Seite Sicherheit. Und dort müssen wir uns immer wieder entscheiden. Und ich glaube, dass es manchmal ganz wichtig ist, wenn einem Freiheit besonders wichtig ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und es liegt ja, glaube ich, im Naturell von, ich sage jetzt mal ganz breit, Künstlern und Künstlerinnen. Ist ja immer irgendwie der Wunsch von Freiheit da. Ich glaube, sonst könnte man gar nicht die Kunst machen, die man macht. Ja, klar, es sind wirtschaftliche Gegebenheiten. Einerseits, man muss ja schauen, dass man etwas zu essen hat. Auf der anderen Seite hat man Ideen, will etwas mitteilen. Wir Künstler sind ja alles kleine Exhibitionisten. Und wir wollen das, was wir machen, mehreren Leuten zeigen, wenn möglich ganz ein Haufen. Wir wollen ein Publikum finden. Und das verführt uns dann manchmal dazu, auf die Sicherheit zu verzichten. Und mal ohne es vielleicht ein bisschen unterdurch zu gehen. Und wenn du jetzt anspielst, auf einen von meinen Berufen im Leben zu sagen, nach einer sehr erfolgreichen Karriere, ich lasse das alles hinter mir. Ich gehe jetzt die Welt anschauen mit einem Segelschiff. Und wo wir alle prophezeit haben von dir, wir können nie mehr etwas hören in der Musik oder so. Und das war mir völlig wurscht. Ja, das war so ein Schritt, aber der war mir eben wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sorry, jetzt schnurren ich schon wieder. Das ist ein Podcast auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ein paar von den Träumen, die man hat, versucht, im Leben umzusetzen. Sonst wird man, ein alter Mann wird man sowieso, aber vielleicht auch einen alten, verbitterten Mann. Und es wäre auch nicht gut, wenn man alle Träume umsetzen könnte. Aber der eine oder andere wichtige Traum, und da hat er für etwas zu riskieren, glaube ich, das ist schon der Wert. Wie war das denn bei dir gewesen, wenn ich jetzt so denke, der Bub, Peter, wann hat er angefangen, was für Träume zu formen? Also, ich war relativ stilles Kind gewesen, Aussage von meinen Eltern und zum Teil Freunden, die ich noch habe, aus dieser Zeit ziemlich ruhig. Ich habe nicht viel gesagt. Aufgeregt hat es mich in der ersten, zweiter, dritten Klasse, als wenn unsere Lehrerin, Primarlehrerin, Giga verstimmt hat, wenn wir gesungen haben, dann habe ich reklamiert, ich habe gesagt, ich soll sie stimmen, stimme ich nicht. Und sie ist zum Glück nicht verstimmt gewesen und ist dann zu meinen Eltern und hat gesagt, sie singe immer eine zweite zu den Liedern oder wenn man das Lied lehre, können sie es sofort und so, sie sollen mich doch in Musikstunden schicken. Und das ist mir ganz wichtig geworden und es hat mich sehr bewegt, Musik, gerade von Anfang an, ich war bei den zehn Jahren im Konzi, nicht Musik studiert, sondern einfach als Klavierschüler und das ist einer meiner Träume gewesen, aber ich habe auch gerne geschutet. Aber ich habe gerade so gerne zu Hause Klavier gespielt, wie ich die Hosen geschutet habe. Also eigentlich auch so ein bisschen sensibler Junge neben dem Schuten. Ich weiss nicht, einfach Freude an Musik. Du hast jetzt von einem Traum gesprochen, etwas, das mich zutiefst bewegt hat. Und ich hatte dann das Glück, dass ich die erste Bands hatte und so und dann irgendwann ist dann als Jugendlicher ein zweiter Bruch gekommen, ich war im Gimmer gewesen, ich war kein schlechter Gimmer gewesen, sehr attraktiver Gute, ausser dem Franz, da hatte ich immer eine Zweier gehabt, aber der Schnitt hat trotzdem noch fast für eine Fiefer gelangt. Dann habe ich mich beworben für ein Stipendium an eine Schule Atlantic College in Wales. Das ist eine absolute Top-Schule. Das ist dann übrigens vor Basler Chemie ist das Stipendium finanziert worden. Aber ich habe mich zu nichts verpflichten müssen, das ist wahrscheinlich etwas eines des Besten, was sie je gemacht haben. Ich glaube, sie haben das noch manchmal gemacht, dass sie immer der Schweizer Gimmel dort hin konnte und ich habe dort Matur in England gemacht und bin dann zurück in die Schweiz studieren. Und es war wiederum ein Bruch, hier abzubrechen, weil mich das fasziniert hat. Die Schule war in England an der Küste gelegen, eine Stelle. Wir waren integriert, die englische Küste wach. Und da ist auch die Freude an der Seefahrt, am Seglen und so gekommen. Und natürlich habe ich dort auch die College Band sofort gegründet und da ist der Traum dort weitergelaufen. Aber es ist noch ein anderer zukommen, dazu kam nämlich der, wenn wir so, wie ein Harry Potter College hat es ausgesehen. Wenn man so aufs Meer rausgeschaut hat, hat man sich schon gefragt, was ist dort hinter dem Horizont. Und das ist der zweite Traum, der kam, der später zum nächsten Bruch geführt hat. Das heisst, wenn man so frei im Leben dann aber irgendwie ins Ausland geht, an das College, dann sind ja die, ich sage jetzt mal, die mentalen Hürden, die werden ja dann wie klein oft, um eben irgendwie andere Träume dann zu verwirklichen. Weil man hat es schon gemacht und man weiss, es geht und irgendwie man lebt noch und noch. Ja klar, also ich habe das immer als Horizonterwitterung empfunden oder die Möglichkeit, dass sie Schüler aus der ganzen Welt sind dort hergekommen. Grundstock ist Englischsprache gewesen, damit ein vernünftiges, ein vernünftiges Englisch geredet wird und nach zweieinhalb Jahren habe ich die englische Matur dort gemacht. Das war auch nicht ganz einfach. Aber wir sind gleichzeitig auch noch als Coastguards, als Lifeguards ausgebildet worden. Und als junger Mann, so mit 16, 17, 18, ist es natürlich fantastisch. Da machst du richtiges Zeug. Wir sind zum Teil bei Callouts, wenn es Alarm gegeben hat. Das Gebiet in Wales dort ist ein touristisches Gebiet. Es gab viele Touristen, die Probleme hatten wegen der Tide, den Felsen unten. Sie sind nicht mehr weggekommen und dann musste man die holen. Und that's real stuff. Das hat wirklich Spass gemacht. Und dann, ja, vielleicht erwarte ich nachher noch ein bisschen mehr vom Leben, als wenn das nicht gemacht hätte. Hast du denn so eine rote Boje gehabt? Nein, wir haben, ich bin bei der Canoe Lifeguard gewesen und wir haben relativ nah an die Klippen heran können. Zuerst mit dem Motorboot heran und dann mit dem Canoe heran und die Leute gehauen können. Und im Sommer hat es immer pro Monat ein, zwei Callouts gegeben, wo du wirklich im Einsatz bist gewesen und sinnvolle Arbeit hast du können leisten. Und gerade für junge Menschen, so etwas zu sehen und so etwas zu machen, so etwas integriert sein, das ist grossartig. Also das war eine riesige Chance für mich. Ja. Und dann bist du zurück in die Schweiz? Dann bin ich zurück in die Schweiz und habe nachher von 1970 bis 1976 Psychologie studiert an der Uni Bern. Und als ich an Litz arbeit oder gerade ins Litz wäre gekommen, ist es mit dieser komischen Musikgruppe, die ich hatte, das waren so zwei Gielen und ein Modig, das haben Peters und Mark geheissen. Wir waren so erfolgreich, wir sind irgendwie im 1976 einmal mehr an Eurovision und sind feiert worden und plötzlich hatten wir überall im Ausland Auftritte und die Schweiz war erst mit Jumbo Jumbo. Dann musste ich mich entscheiden und sagen, jetzt machst ein Jahr Pause und setz auf diese Karte wieder herumbruch. Und ich war dann mein Profax, Professor Lang, der hat gesagt, ich finde das noch gut, ich lehre das richtige Leben kennen und ich kann jederzeit zurückkommen, wenn es nicht funktioniere. Also ein gewisses Sicherheitsdenken war auch noch dabei. Und das hätte ich auch gemacht, aber ab dann haben wir sofort eine Plattenfirma selber gegründet und ein Büro aufgetan und sie nachher während mehreren oder während ich Jahr unterwegs gewesen 200 Auftritte pro Jahr und es war durch den Tag im Büro und produziert ja noch viel Veränderung geschrieben. Es war eine verrückte Zeit, aber ich will es nicht missen. Wie hast das angekriegt, im Moment, wo Peter und Mark so abgegangen ist, wie hast es dann angekriegt, dass trotzdem noch die ich empfinde es fast als bünzlig, die Büroarbeit dazu zu machen. Ich habe viele Jahre gebraucht in meiner Selbstständigkeit, um diesen Bereich richtig anzunehmen und zu aktivieren, dass das auch wirklich funktioniert. Künstler in mir wollte auftreten und neue Sachen schreiben und irgendwann kommt der Beamte in einem, der sagt, das muss man dem Künstler ermöglichen. Es gibt zwei Lösungen dort. Entweder hast du einen Partner, ein Management, der es für dich macht und sehr gut und bist zufrieden damit oder du hast immer das Gefühl, es läuft nicht richtig und ich würde es anders machen und das geht nicht gut und man muss zu viel abgeben oder was immer und das ist bei uns der Fall gewesen gerade von Anfang an dass wir eine Enttäuschung hatten ganz am Anfang mit der Plattenfirma mit meinem Management aber das ist schon 1969 der Fall war wo ich den ersten Vertrag verrissen habe in seinem Büro und gesagt habe jetzt machen wir jetzt selber das können wir auch und mich hat das immer interessiert mich hat schon immer mehr Produktionsseiten interessiert die grosse Stimme im Trio das war Marc mit seiner Röhre und Susla mit ihrer wunderbaren Glockenhelle Stimme und ich habe eine dritte Stimme dazu gesungen aber ich habe alle Lieder geschrieben ich habe sie produziert zusammen mit einem lieben Freund aus Hamburg mit Rolf Zukowski sehr erfolgreichen deutschen Kinderliedermacher und mich hat die Arbeit auch interessiert und es war ganz wichtig während dieser Zeit dass wir das selber gemacht der Marc zum Beispiel hat sich um die Auftritte gekümmert so haben wir auch bestimmen was wir machen und haben auch zu dem stehen es wurde nicht von jemandem dazu gedrängt wurde Sachen zu machen die wir nicht wollen und die Unabhängigkeit war uns ganz wichtig und die war mir später immer wichtig war das heisst abgesehen von der musikalischen Aufteilung habt ihr sehr früh auch schon eine klare Arbeitsufteilung in einem anderen Bereich gehabt ja also wir haben es so gemacht ich habe mich um alle Produktionen gekümmert und eben auch die ganze Lieder geschrieben wir darrangement angeschrieben wir pro pro jahr mindestens zwei single gemacht und meistens zwei outpair das musst du alles arrangieren das habe ich noch für orchestr dann hast du noch nicht alles mit samplings super aufnehmen und so und das habe ich entweder in Hamburg oder in London produziert das ist alles noch dazukommen das war meine Arbeit und der Marc der hat sich aufgetreten kommen aber wir hatten auch Angestellte wir hatten Bürochef hatte Pat Lindner die das super gemacht hatte ich hatte eine gute Sekretärin Silvia und wir waren gut der Lade und das hat funktioniert und so konnten wir wirklich das machen was wir wollten solange es gelaufen ist hast du es geniessen in der Zeit ja natürlich nicht immer am morgen weisst dann kommst du morgens um zwei nach einem Auftritt und dann sollst du um neun wieder im Büro sein ist vielleicht schon halb bis zehn geworden und Susi hatte den besten Job sie wollte vor allem ausschlafen sie hat eigentlich nie ihre Administration oder Produktion mitgemacht aber hat natürlich auch mitgerät wenn wir Lieder ausgewählt haben oder so sie glaube hat es am meisten genossen aber arbeiten und etwas auf beide stellen und etwas zu bauen das ist etwas wunderbares vor allem wenn es für etwas ist was man selber machen will genau so sehe ich es wie geht es dir ich meine ich sehe es immer so ich sehe mittlerweile so wie multiple Persönlichkeiten zumindest eben im Arbeitsbereich es bin schon immer ich aber irgendwann bin ich der Büro Typ der Büro Beamte und der macht den Auftritt auf und der macht es ein bisschen Marketing und so um einem Künstler Typ zu ermöglichen dass der noch in Spiel Bild und Leute dort sehen und dass er das machen Das ist nicht schizophren Nein Das ergänzt sich doch wenn man es einigermassen gerne du hast eine Firma gegründet du kümmerst dich um das Backoffice von dir selber das ist doch eine gute Sache Es ist sehr befriedigend Das ist schön Du machst Sachen Ich hatte früher Bürojobs und ich fand sie ganz schlimm gefunden und dann machst du mal Dinge die nie gedacht hast dass du das jemals machen und dann vor allem noch gern machen aber natürlich finde ich bei der Versicherung eine Offerte stellen deutlich weniger befriedigend wie eine Offerte von mir und einen Auftritt von mir zu erstellen Es gehört halt dazu Es hat einen grossen Nachteil wenn man das selber macht Du kannst niemand anderen mehr Joke geben Das finde ich so erleichtert Ich finde das Befreien Du bist selber schuld wenn es nicht funktioniert aber darfst du selber auf die Schulter klopfen wenn etwas besonders gut läuft im administrativen Bereich Genau und das macht schon noch Freude Ich weiss nicht wie hart du zu dir selber bist aber ich bin natürlich deutlich softer geworden in den letzten Jahren mit mir selber und ich glaube durch das automatisch auch mit meinem Umfeld Das ergänzen wenn man mega hart zu sich selber ist dann nutzt man es ja gern als Grund zu hart zu anderen zu sein weil man denkt ich bin ja mit mir so sonst hätte ich dann nicht mit anderen so sein oder Ja ich habe ein ähnliches Erlebnis wo eigentlich du kollektiv auch geschult bist du bist auch Basler und meine Frau ist Baslerin und ich sie 1977 kennen wir sind schon 45 Jahre zusammen und alle mein ganze Umfeld hat immer gesagt seit die Frau in meinem Leben sei einigermassen erträglich worden und sie auch softer worden und nicht mehr so anspruchsvoll und ich war gegenüber mir selber sehr hart war bis immer noch aber sie hat es erreicht ich selber nicht erreicht und da bin ich den Basler und den Baslerinnen ewig dankbar dir auch in dem Fall ja ich glaube schon dass das auch noch mit dem zusammen hängt es ist sicher was man an sich selber probiert zu verändern und es ist sicher auch wenn man abseits vom Beruf ein schönes und erfülltes Leben hat dann fährt das alles auch eine andere Relation an zu kriegen dann sieht man eben nicht mehr nur das Einte als ultimativ Wichtigste und darum ist man hart mit sich selber sondern es gibt einem eben eine gesunde Balance es heisst ja nicht dass es einem nicht mehr wichtig ist aber es ist nicht das einzige und man definiert sich nicht mehr über das ja und das ist auch ganz wichtig als alternde künstler du merkst das Zenit ist vorbei du hast so viel gemacht du hast fast alles gesagt was du hast wolle sagen und du spielst nicht mehr so eine Rolle du bist nicht mehr auf dem ersten Platz in den Charts und wenn du dann nur das hast was du gehabt hast und irgendwo nicht etwas hast du finden sei das in der Familie sei das in einem Hobby mit Freunden oder so dann wird schwer und ich glaube ich habe das können noch viele andere Interessen bin nach wie vor sehr neugierig aber aber ich habe auch Kolleginnen und Kollegen im Schweizer Showbusiness gesehen die von da dran fast kaputt sind gegangen dass man irgendwann mal weg vom Fenster ist dass man nicht mehr alle 14 Tage irgendwo in der Zeitung ist und man vielleicht auch dumme und verrückte Sachen macht um Aufmerksamkeit zu erzeugen also das ist schon wichtig dass man das Musik ist nicht alles aber alles wäre nichts ohne Musik oder das ist sehr schön gesagt das ist nicht von mir ich weiss nicht mehr ich glaube ich weiss nicht ob es der Nietzsche war oder so aber es ist ja gleich man darf es ruhig mehr zuschreiben ja okay aber das heisst die haben dann eben so eine funktionierende so eine funktionierende Firma gehabt und eine funktionierende Band eine tolle Band die wo wo Anklang gefunden hat und was hast du gesagt 200 Auftritte im Jahr ja pfff viel das ist sehr viel das ist sehr viel ja und dann eben auch Büroarbeit den Tag durch und mehr oder weniger jeden Tag im Büro gewesen und wenn wir Ferien hatten das haben wir dann gemacht weil der Marc hatte schon zwei kleine Kinder hatten der Reto und Bruno und es war wichtig dass er mit der Familie Ferien machen konnte und wir haben immer sechs Wochen zugehalten ja im Sommer wenn ja die Festsaal die Pause war ja und aber den habe ich andere produziert den habe ich für andere komponiert und geschrieben und so und ich habe nicht das Gefühl ich brauche Ferien das hat mir einfach Spass gemacht oder hast du also einen Drang gehabt dass du einfach immer etwas musst machen nein es war einfach genug Material da gewesen wenn ich ins Klavier geschaut bin ist mir etwas eingefallen ja Text geschrieben und das ist für uns nicht gewesen und da sind Sachen gekommen wie eben Swiss Lady Pepe Lienhardt Cinema Paola ich habe mir für deutsche Interpreter darauf und ich geschrieben Nana Muscuri ganz bekannte Leute wo plötzlich die Türen sind aufgegangen und das hat Freude gemacht das war schwierig aus der Schweiz heraus ganz wenig oder niemand konnte sonst machen ja und dann ist irgendwann Peter, Su und Marc nicht mehr gesehen ja wann ist das gesehen? Ende 1981 Teleboy sind auf erster Sendung der letzte Auftritt ist das schon geplant der letzte Auftritt gesehen? ja 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 wir haben ja wir sind vernünftig gewesen weisst wir haben wir haben einen Vertrag gehabt und gesagt dass wir ein Jahr voraus müssen können wenn man aufhören will weil du weisst ja wir haben ja die Auftritte die wir buchen und kannst nicht einfach einen Auftritt wo jemand buchen kann sagen wir haben es aufgehört wir kommen nicht und der hat es schon irgendwie organisiert absolut und ich habe immer schon gemerkt es gibt noch ein paar andere Sachen im Leben wo mir wichtig war und auch der Livia wichtig ist und Anfangs 80 habe ich gesagt mir ich möchte aufhören Ende Jahr und die anderen haben das dann auch so gesehen der Marc hat gerne noch ein wenig weiter gemacht Susi hat gesagt ich mache Solo Karriere oder probiere es und ich habe gesagt ich will nachher ein Schiff ausbauen und die Weltmeere besiegen und ja dann haben wir das eine und es ist übrigens unser erfolgreichste Jahr gewesen dann ist noch Io Sensate ja im Frühling an Eurovision sehr erfolgreich gewesen und ja noch heute mit dem Musical wo im 22 Jahr auch wieder in den Thunersee spielt und nachdem sind Zürich 15-16 schon zwei Jahre ist aufgeführt worden immer noch nicht ganz vergessen ja es ist aber es ist auch nicht falsch wenn man kann aufzuhören wenn die Leute sagen es ist schade dass sie aufgehört haben als wenn sie sagen Gott sei Dank habe ich aufgehört ja das viele ich sage jetzt mal Vorbilder von mir haben das immer wieder gemacht dass ich das Gefühl hatte hört ja nicht auf nein 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 das hat erst gerade angefangen das sicher nicht aber dass ich dass ich dort immer das Gefühl hatte das gehört ein bisschen dazu und ich glaube darum kann ich jetzt überhaupt Comedy machen weil ich gewisse Sachen dann immer ein bisschen zu früh aufgehört habe um mich an etwas Neues zu begeben weil man sehr gerne natürlich auch in dem hat können bleiben und ein bisschen den Komfort geniessen dass oft wenn ich irgendetwas angefangen habe und es wirklich anfing zu funktionieren habe ich gesagt so und jetzt mache ich etwas anderes und so und so ich finde ich bei euch was du machst also ich sage jetzt eidimensional meine ich nicht negativ ich habe wenigstens Text und Musik du hast eigentlich nur Text oder und das muss noch schwieriger sein sich jedes mal wieder etwas Neues einzufallen über Jahre wie machst du das das habe ich mich der Sommer habe ich mich gefragt es gibt immer wieder so eine Phase wo man das Gefühl hat man hat alles erzählt was natürlich nicht stimmt und trotzdem kommt man dann so ein bisschen an den Punkt weil man so ein bisschen wie klassische Themen durch hat ich habe aber mittlerweile nicht einmal mehr wirklichen Text der entsteht erst auf der Bühne und das ist für die Nerven ist das im Vorfeld ist das sehr sehr belastend weil man was heisst auf der Bühne du weisst doch was kannst du erzählen jetzt schon aber in der Erarbeitung das vor dem ganz kleinen Abend irgendwie so Open Mics und Mixed Shows und so dort habe ich wirklich noch sehr sehr wenigen Plan was ich werde erzählen und erstaunlicherweise ist dann auch oft irgendwie keine Ahnung ich sage auf meine Setliste sage ich ja ich probiere mal über keine Ahnung Stile zu erzählen und dann rede vielleicht noch über Tisch und irgendwie auf der Bühne schon nur dass ich den Übergang zu dem irgendwie will machen kommt etwas völlig Neues wo ich noch nie mir überlegt habe dass ich das auf der Bühne erzähle nicht gedacht dass das das könnte lustig sein und das entsteht dann so in dem Moment und dann ich nehme jeden Auftritt auf ich los das nachher und dann fange ich eigentlich an wie Regie machen mit mir selber weil ich das ja dann los und dann habe ich halt jetzt für das Programm habe ich vier Tryouts hatte und das einzige was ich hatte sind Stichwörter und dann gehe ich mit diesen Stichwörtern auf die Bühne und eben muss auf mich vertrauen ich muss dann auf den Typ vertrauen wo dann auf die Bühne geht der badet das schon irgendwie aus und und durch das entstehen dann viele einzigartigere sage ich jetzt mal Jokes und Nummern die mehr mehr widerspiegeln als wenn ich zuhause im Kammerli jetzt einen Witz schreibe also eigentlich ist es ähnlich wie beim Improvisieren in Musik sicher ich sage ja immer was heisst Komponieren also ich sitze ans Klavier ich kann so gut spielen dass ich totale Freiheit habe was ich im Kopf habe geht mir in die Finger kann ich harmonisieren und ich habe sehr früh nebst klassischer Musiker angefangen Jazz zu spielen dort ist das normal im Jazz du musst improvisieren Klassiker ist im Konzi am Anfang verboten gewesen wobei alle grossen klassischen Komponisten die haben wunderbar können improvisieren Improvisieren ist Komponieren im Moment ja und nachher wenn einem etwas gefällt hat du es einfach vielleicht noch auf Noten festhalten aber bei mir ist das genau gleich wie du es jetzt schilderst ich höckle und dann spiele ich für mich und dann kommt oh das ist noch schön gewesen ja und nachher gehe ich auf das zurück manchmal habe ich noch das Band wo läuft weil es ja neu war dann weiss ich nicht wie es war weil ich habe mich auch vergriffen das hätte es auch schon gegeben dass ich mich vergriffen habe und dass es so anders gut klingt oder und nachher arbeitet man an dem weiter und da entsteht es ist noch eine interessante Parallele auch zum Text sicher ja und ich empfinde ich empfinde dann aber auch der Prozess empfinde ich ein bisschen wie Jazz weil mit der Zeit hast du dann wie die Grundthema ja aber in dem passiert dann noch ganz viel anderes ok wo du vorher noch nicht gewusst hast ja das heisst irgendwie ich weiss zum Beispiel bei der ersten Geschichte habe ich nach zwei, drei Auftritten habe ich gewusst so höre ich auf das ist der Schluss von der Geschichte ja und alles andere habe ich noch nicht wirklich gewusst weil ich eben gemerkt habe diesen Teil muss ich wahrscheinlich gar nicht erzählen und ah vielleicht hat es hier ein bisschen mehr Substanz und und eben es ist dann auch so ein bisschen Gefühlssache dass irgendwie wenn ich mich mal richtig gut fühle auf der Bühne dann kann es sein dass fünf neue Minuten entstehen wo ich eins zu eins so übernehme was ich bin eben keine Ahnung sechs Stunden am Schreibtisch sitzen wahrscheinlich nicht könnte ja weil irgendwie der Teil vom Hirn gar nicht freigesetzt wird ja und ich glaube spontan zu kreativ ja und ich glaube das ist in der Musik genau das gleiche weil du hast ja manchmal auch einfach wird dir auch so gehen du hast auf einmal aus dem gefühlten Nicht hast du eine Eingabe ja natürlich wieso ist mir das noch nie in den Sinn gekommen das ist weil die Unterbewusstsein ja wochenlang in diesem Moment studiert hat und dann kommt es auf einmal aus dem Nicht oder das ist so ich kann schon her sitzen und ich könnte 20 Titel schreiben so aber die wären nicht sehr originell genau da fehlt irgendwie der Funke man hat dann so eine Baseline ja aber die geht nie richtig hoch die geht nie wirklich runter sonst ist einfach es ist dann so ist ihr so die also von zehn Sachen von zehn guten Ideen ja von zehn Ideen ja ist eine gut und und die Livia ist meistens das Probe-Publikum kann ich sagen du kommst mal schnell und so und dann spiele ich es vor dann sagt sie es ist gut dann weiss ich es ist scheisse oder sie muss sie muss wenn schon sagen nein ist es wirklich gut oder es ist zu nett um zu sagen oder aber immer wir kennen es natürlich das habe ich das habe ich so beeindruckend gefunden das habe ich kürzlich schon jemandem im Podcast erzählt ich habe die Doku geschaut über Luis Capaldi und er muss sein zweites Album schreiben und er zeigt seinen Eltern denen einen Song in der Küche sagt er ich habe jetzt den geschrieben und dann haben sie eine Demo und er spielt es ab und ich finde den Song ziemlich gut so wenn er so gehört und dann denke ich so jetzt wird es ein grosser grosser emotionaler Moment die Eltern heulen und sagen wow ist das toll und das einzige Feedback nachher ist zuerst sagt der Vater it's shit und die Mutter sagt dann irgendwie ja es ist nicht wieder alte Luis also sie haben es komplett vernichtet in diesem Moment und als ich sage jetzt Laie habe ich gedacht das klingt aber mega gut weißt ja und für den Künstler ist das ja vielleicht auch gut weil du wirst im Leben nachher auch immer wieder vom Publikum mal erfahren dass jetzt das nicht so gut ist und du kannst vielleicht besser umgehen damit ja und das ist natürlich in der Comedy ist das das Schöne und auch das Gemeine es kommt am Schluss immer aufs Publikum drauf an das Publikum ist Cäsar und entscheidet ob ja oder nein ja und äh du kannst nicht die Schritte umgehen und darum mache ich es eben gerne erst auf der Bühne weil ich so denke das andere ist wie so ein unnötiger Zwischenschritt aber die Frage ist ja schon wie fest richtet man sich nach dem Publikum einerseits ja schon man will ja schon das Publikum auch Freude hat aber man will nicht alles machen hoffentlich nur weil es das Publikum vielleicht cool findet aber eigentlich findet man es nicht so gut oder ja der Kompromiss ist noch schwierig und ich finde halt es ist nicht so entscheidend wirtschaftlich vielleicht schon etwas Grosses oder ein kleines Publikum hast entscheidend ist dass es Publikum hast und auch wenn es wenn es nur ein paar Leute sind die Freude haben wenn du etwas Neues gemacht hast wenn du wahnsinnig Freude hast dann ist es der Wert war und letztlich wenn du ganz alleine bist ist es so der Wert wenn du Freude hast dass sie ausdrücken können absolut aber einfach ich habe wirklich nie im Leben probiert zu schauen was wollte das Publikum genau ich habe es einmal zweimal mit anderen Interpreten versucht mit Titeln wo ich das Gefühl hatte so nach der Stange zu schreiben oder nach Muster oder nach Vorlage das ist nie gut gekommen ja ich glaube eben es nimmt dann halt es nimmt dann halt ein Stück weit Identität weg und eben es wird durch das gefällig und das ich kann nicht nur gut sein und ich glaube der das Zusammenspiel von Publikum und Künstlern das muss eben auch immer noch in so einer gewissen Balance sein dass man eben nicht sagt ich mache alles nur melden sich bei dir die Leute und sagen Joel das ist super oder geht das gar nicht oder sie sagen es immer sie sagen es immer verzögert also ich habe zum Beispiel nach dem einen Programm habe ich dann erfahren dass sie das Programm vorher nicht gut gefunden haben aha aber sie sagen es nicht in dem Moment wo sie das Programm sehen wäre ja gut gewesen genau aber vielleicht hätte sie den Mund genommen und ich habe es auch nicht geändert weil ich gefunden habe jetzt ist es das und das ist ja dann eben genau dort wieder so der Josef Harder hat das mal gesagt und ich weiß nicht ob er der ursprüngliche Danko für deren Idee ist er sagt bei einem Auftritt will er erwartungshaltig vom Publikum zu etwa 20% enttäuschen weil sonst kommen sie nicht mehr weil sonst haben sie genau das gekriegt was sie wollten ok weil sie immer ein bisschen zurücklassen mit einer also man muss noch ein bisschen Hunger bleiben man darf nicht voll gegessen rausgehen das vielleicht schon aber auf jeden Fall nicht ganz so das was sie erwartet haben ich glaube nicht dass man hungrig gehen muss sondern einfach nicht genau zu 100% es ist auch so und man hoffentlich man macht ja auch zwischendurch etwas Neues und entwickelt sich und das Publikum und aus der Demo nachgekommen und am Anfang jetzt vielleicht ja wirklich und aber nachher passiert es ja dann vielleicht und macht die Entwicklung mit und sagt das ist jetzt gut ja und ich kann mir vorstellen dass in der Musik der Tabu hat das zum Beispiel mal gesagt nachdem er Angelina hatte was ein Hit gewesen ist hat er gewusst auch weil auf keinen Fall nochmal eine Angelina schreiben aber der Weg da hin und ein Stück weit auch eben so ein bisschen Druck vom Publikum eben wir hatten gern noch vier, fünf weitere Songs von dem ja ja dann muss man dann ein bisschen wieder stehen die Gefahr ist nachher dass sich zu tot läuft das ist das siehst ja immer wieder kommt der Song und dann kommt der nächste dann und dann und dann und dann ist fertig und dann ist die Glaubwürdigkeit irgendwann mal weg man muss sich schon wieder versuchen neu zu finden oder Mut oder zu zu haben ja und ich glaube dort kommt eben das mit der Erwartungshaltung dass natürlich wenn der Hit da ist dann ist die Erwartungshaltung in dem Moment von den Leuten ich will nochmal so einen genau und das müssen wir dann ein bisschen brechen da habe ich bin ich sehr dankbar da habe ich eigentlich Glück gehabt ich habe einen sehr breiten musikalischen Hintergrund eben einerseits von Klassik her er hat Jazz gespielt mein Mutti hat Schweizerörgel gespielt ich liebe eigentlich alle Arten von Musik und kann sie eigentlich auch schreiben also ich habe von von Schlager über Jazz ich habe Musik zum zum Musical im Operahaus Zürich geschrieben das macht es einfacher dass du die nicht immer wieder holst oder oder in in England und so als ich im College war in Wales Folksongs sehr wichtig und je breiter du das Repertoire hast desto weniger ist die Gefahr da dass du sie im Stil wiederholst das ist das ist noch gäbe und es finde ich auch ganz wichtig für alle jungen Künstler dass sie völlig offen sind gegenüber anderen Musikstilrichtungen und nicht Nasenrümpen wenn irgendetwas anderes daherkommt es gibt so viele spannende Kombinationen und so gute Inspirationen aus anderen Gebieten von Musik die man selber kann brauchen und etwas damit machen ja ich glaube sing mein song hat sicher auch zu diesem beiträgt also wenn ich jetzt sehe wie unter anderem du in dieser Sendung warst und so verschiedene Musikstile zusammengebracht werden und man eben dann noch die Aufgabe hat eine andere Person zu coveren das tut den Horizont so extrem erweitern die Sendung zeigt auch dass das was wir gemeinsam haben viel wichtiger ist als das was ich in Anführungszeichen trennte und Toleranz in dieser Sendung war wunderbar die ich da konnte erleben ich meine ich war der Grossvater in dieser Sendung Marlene hat mein Grosskind sein vom Alter her und das hat trotzdem funktioniert hatte ich das Gefühl und also für mich ist das so nicht ich kann sofort etwas anfangen mit der Musik da habe ich keine Probleme die anderen zum Teil auch kennt der Pasi natürlich die Anna die ich auch schon Fernsehsendungen zusammen gemacht der Luca die ich auch kenne und die machen alle eher ein kleines Gebiet aber so riesen Unterschied ist der doch nicht es ist vielleicht ein bisschen wie man es instrumentiert vielleicht die Thematik die man aufbringt ist mehr textlich bezogen oder ist es geht es nur um Musik hat es viel Rhythmus hat es weniger Rhythmus und alle die haben auch ihren Repertoire verschiedene Lieder die die ganze Breite aufnehmen und das ist ganz wichtig es ist auch wichtig als Künstler dass man dass man lange dabei sein kann dass man nicht allzu wenn man allzu eingleisig ist und nur einfach immer sein Muster spielt und keine Möglichkeit hat sich breiter zu zeigen ich glaube dann ist man weniger lang unterwegs in dem Metier das glaube ich sicher das glaube ich sicher Hallo liebe Mutzis Kleiner Reminder oder falls ihr die ersten 30 Sekunden überspült habt ich bin momentan auf Tour mit meinem Solo-Programm Zero Tickets gibt es jetzt auf meiner Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch kommen vorbei ich freue mich und weiter mit der Folge zum zurückkommen auf ein Jahr Kündigungsfrist Ah ja wir sind ja dann letzte Sendung Silvestersendung Benissimo nein Teleboy Entschuldigung Teleboy das war noch vor deinem Teleboy und dann hast du alle Sachen gepackt ja dann dann haben Livia und ich die Sachen gepackt und sie in einem kleinen Wohnwagen der ist etwa 2,50 Meter auf einer Werft in Bremen gezogen und haben geholfen unser Schiff bauen wie lange ist das gegangen? ein halbes Jahr wow und also wir haben es nicht alleine gebaut wir haben einfach geholfen wenn du so auf einen Turn gehst wo du mit einem Segelschiff mit einem kleinen Segelschiff das Weltmeer bis eigentlich nach Südafrika oder nach Südamerika kommst wo du nicht selber kannst also wo nicht irgendeine Werft ist wo dir helfen kann dann musst du selber schweissen und musst selber den Motor auseinandernehmen und das das lehrst du alles dort und ja und das ist ganz ein anderes Leben und ich habe keine Musik mehr gemacht gar nicht mehr übrigens zwei Jahre lang nach Peders und Mark habe ich kein einziges Lied mehr geschrieben ich habe keine Zeit mehr gehabt wir sind immer an dieser Schiffsgeschichte da musst du so viel lesen da musst du so viel lernen die Kurse haben wir schon vorher gemacht also die Milo die du musst machen die B-Schein und der C-Schein ähm und ich hatte aber das heisst eigentlich ist Livia die Schuld sie hat gesagt irgendwie müsstest du noch die Möglichkeit haben dass du auf dem Schiff ein bisschen Musik machen und dann wie und dann habe ich das altes Fenderklavier vom Trio das Fender Stage Piano das geht das kann man mit Batterien betreiben mit Schiffspatterien mit Autobatterien Schiffspatterien sind Autobatterien und das habe ich unseren Kartentisch unserer Sindi habe ich das eingebaut normalerweise hast du einen grossen Kartentisch und das ist ganz wichtig und du kaufst wenn du losfahrst Dutzende von Karten riesen Stapel wo den Kartentisch füllt und wir hatten keinen Platz mehr für Karten dort aber dafür hat es ein Fender Klavier dort hinten gehabt und irgendwie sind wir unterwegs und ich habe ihm gesagt ich gehe ein Piano und er hat gesagt ja ja natürlich das ist natürlich nicht gelobt aber ich habe nie gespielt zwei Jahre lang nicht bis ähm 84 oder 83 ähm es wollte schon rausnehmen rausgekommen weil es hat jetzt nur Platz weggenommen und dann ist wieder meine Frau gekommen und hat gesagt ich glaube einfach das wäre schade und ich habe das Gefühl du fährst wieder Geschichten erzählen und tatsächlich in Madeira 1984 habe ich habe ich wieder Lieder schreiben und zwar eine alte Liebe von mir Dialektlieder ich habe schon während der Triozeit ähm ein Album gemacht das hat geheißen Schnapsbronnerei im Paradies ähm mit schrägen Geschichten sehr textbezogen wo ich aber eigentlich während der Triozeit nicht machen konnte weil das Trio Priorität hatte und dann habe ich angefangen zu schreiben und das erste Lied das ich dann geschrieben habe um meiner Frau Messie zu sagen dass wir das alles miteinander machen können habe geheißen ein Vogel ohne Flügel und das ist nachher einer von meiner erfolgreichsten Sons unter anderem sind dort Lieder entstanden wie Kinder von Kolumbus stürmische Zeiten und plötzlich hat ist das Hähnchen wieder aufgegangen und dann habe ich an diesem Bordklavier wieder auf eine Lieder zu schreiben ich habe noch so ein 8 Spur Kassetten bekommen eine kleine Demöle gemacht und dann bin ich einmal alle Jahre oder alle zwei Jahre bin ich 14 Tage nach Hause habe das Zeug ähm in Bern im Sinuston Studio aufgenommen und dann habe ich sogar noch die Plattenfirma gefunden wo das hätte veröffentlichen wollen zuerst haben sie nicht wollen sie haben gesagt du bist ja gerne unterwegs wir können keine PR machen du machst keine Auftritte und dann habe ich gesagt ich verstehe das voll aber wegen dem entweder macht ihr es oder nicht und damals die Firma Polygram geheißen ist der Vorläufer von Universal die haben gesagt okay lass mal da wir tun nochmal zusammen telefonieren was wir machen wollen dann habe ich gesagt gut ich rufe den mal an dann hast du noch keine Sendung und so ich rufe den an wenn ich irgendwo an Land bin und 1985 habe ich aus irgendwo Venezuela in einem kleinen Hefali in so einer Spunten gewesen das Telefon habe ich nach Zürich angerufen der Polygram habe gesagt ähm was wollen wir machen sollen wir es nochmal aufnehmen der hat das Demo und dann habe ich mir gesagt sie hätten es veröffentlicht und es sei schon lange Gold das ist wahnsinnig war oder wir haben eine riesen Party gemacht dort es waren so drei Leute und ich der Gringo mit seiner Blondine da und dann habe ich mitgefeiert habe ich nicht gewusst wieso aber gerne und so hat das angefangen habe ich gemerkt ich kann unterwegs sein und muss nicht dort sein und es wird gleich gespielt das Album ist sehr gut aufgenommen worden und kurz auf habe ich nachher angefangen für das Sonntagsmagazin vom Schweizer Fernsehen äh Filmen äh zu veröffentlichen ich habe Beiträge gefilmt auf dem Schiff ich habe schon immer gefilmt 8mm dann 16mm und dann später mit der technischen Entwicklung Video und dann sind so alle paar Monate im Sonntagsmagazin am Sonntagnachmittag mit dem Schweizer Fernsehen in der Stube von der Familie daheim sind so 20 Minuten Sägelabendtür gelaufen und unten ist quasi wie ein riesen Videoclip meine Musik gelaufen somit bin ich gleich präsent daheim und habe gleich machen können was ich wollte also das habe ich aber nicht geplant das war keine Marketingidee das hätte sich einfach ergeben ja weil eben der Entscheid dass du gehst mit deiner Frau dass die das jetzt einfach machen eben der ist ja völlig karriereunabhängig da hast du gesagt eben das nehme ich jetzt in Kauf ja ich hatte immer ich habe vertrauen dass ich immer wieder wenn das fertig ist entweder noch im Studium fertig jetzt machen die Leidsarbeit oder dass ich irgendwo in die Plattenfirma einsteige und so ja 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 und wir sind sieben Jahre sieben Jahre sind wir unterwegs sieben Jahre unterwegs ja und die zwei Jahre am Fall wo du keine Musik gemacht hast ist das so eine ist das so eine erschöpfung oder eben einfach so muss jetzt nicht mehr sein nein irgendwie hat mich hat mich das natürlich erfüllt was wir gemacht haben das ist völlig etwas Neues weisst das Faszinierende am Fahrten segeln ist folgendes hier sind wir kleine Räden in einer hocharbeitsteiligen Welt wir haben da gibt es da gibt es Restaurants wir machen unseren kleinen Job wir es ist alles arbeitsteilig und wir haben eine Funktion und vielleicht haben wir das Hobby und so wenn du Fahrten segler bist dann erlebst du total du fährst an bei Nahrungsmittelbeschaffung ähm du musst für deine Mobilität sorgen du musst schauen wend wo bist für deine Sicherheit wir haben sogar grosse Säcke Plastiksäcke damit man wenn ein stirbt gleich dort reintun und im nächsten Hafen vorweisen sonst wirst du verhaftet wenn zwei losgesägelten sind und nur noch eins ankommt also für Leben und Tod bist du verantwortlich das Leben wird ganzheitlich es wird wieder so wie wenn wir mal Jäger und Sammler waren und irgendwo ist das tief in uns innen und gibt auch eine wunderbare Befriedigung es ist erstaunlich ich meine 4000 Jahre Zivilisation und das Ergebnis ist Camping oder schon faszinierend ja ja und lustigerweise je älter ich wird desto desto mehr sehe ich Camping realistisch für mich weisst bist du der Camping Typ bis jetzt null null aber ich sehe es immer wie näher gekommen also was ich damit habe wollen sagen es ist einfach schön wenn das Leben ganzheitlich kannst um in der Natur zu leben wenn du Fahrtesegler bist ich interessiere mich nicht für das Regattesegler ich will nicht schnell von A nach B ich will von A nach B und will möglichst viel erleben und wenn es noch ein bisschen Hefe hat und andere Länder die Kulturlehre kennen und will sicher von A nach B ich fahre nicht los wenn ein Sturm angesagt ist ich will sicher von A nach B aber das Leben in der Totalität dürfen zu spüren auch die Natur mit der Natur und nicht gegen die Natur auch wenn ganz kleine Menschen wir sind manchmal im Sturm gewesen zu merken und haben ja manchmal Angst gehabt zu merken du kannst arbeiten mit deinen Fähigkeiten mit deinen Möglichkeiten die du hast das es gibt einem so ein Urvertrauen zurück wo wir vielleicht hier in der Zivilisation nicht überkommen weisst das klingt jetzt ein bisschen komisch aber ich verstehe es und ich stelle mir das immer mehr eben auch vor als als etwas etwas Schönes und Befriedigendes also es ist wieder der Gegensatz wie ich am Anfang gesagt habe Freiheit und Sicherheit und dann haben wir Sicherheit aufgegeben und haben total auf Freiheit gesetzt aber wir haben unsere Fähigkeiten dazu gebraucht trotzdem möglichst sicher noch zu sein ein kalkuliertes Risiko einzugehen wo wir dann die letzten zwei Jahre unserer Reise haben wir unseren Simon an Bord als Baby und als Toddler als kleiner Bub dann haben wir gewisse Sicherheits Kompromisse natürlich gemacht wir haben keine Ozeanüberquerungen mehr gemacht wir sind den Küsten entlang gesegnet wo wir wenn jetzt ein medizinischer Notfall wäre innerhalb von einer vernünftigen Frist ja und medizinische Betreuung hätte gehabt weil das hätte ich nicht verantworten können aber ja es ist schon die Frage mal dürfen die totale Freiheit zu leben wobei die ist eben nicht total du lebst dann mit der Natur die setzt dir die Grenzen und du musst den lernen kennen und die musst du auch respektieren sonst würden wir das Gespräch jetzt nicht haben genau es gibt wie man so schön sagt es gibt viele mutige oder übermütige Segler aber es gibt keine übermütigen alten Segler wahrscheinlich ja wie mit Soldaten sieht man das so und der Sicherheitsaspekt hast du da also ich rede jetzt von Sicherheit auf dem Schiff auf dem Segelschiff wenn die Natur mitspielt und keine Ahnung was sonst noch alles passieren kann hast du dann wirklich auch immer das Gefühl von Sicherheit gehabt im Sinne von wir sind jetzt auf dem Schiff und uns wird nichts passieren oder nein das wäre schon falsch gedacht du musst anders formulieren wir sind auf dem Schiff und was kann es passieren mhm und dann kannst du schluss ziehen und sagst okay zu Nacht wir haben uns abgewechselt vier Stunden jeweils wenn man auf einer überfahrt ist vier Stunden am Steuer und dann kam nach vier Stunden nach vier Stunden ist es wieder und du bist ziemlich auf der schnurre gewesen wenn du längere überfahrt hast am Schluss haben wir es so gemacht dass wir so den Eierwecker da rum ausgehängt haben und eine halbe Stunde oder zehn Minuten eingestellt haben und dann bist du wieder weisst damit nicht eingefaust und was Sicherheit angeht dann haben wir zum Beispiel vom vom Bug vom Schiff bis in die Hecke ein Drahtseil gespannet und wir haben natürlich das Gestalten hin gehabt in der Nacht immer und dann hat man wenn man auf das Vordeck ist irgendetwas hat man sich eingehängt an diesem Drahtseil ja und wehe wenn das eines nicht gemacht hätte ich glaube dann wäre unsere Ehe gerade Flöte gewesen oder also wir mussten versprechen wenn es der einen und das andere draus ist und wenn es etwas geht ich mache erst einen Vordeck dann weckst du mich ja und wenn wir es so machen dann hängen wir immer ein weil du kannst der Bug bewegt sich manchmal da schlägt in den Wellen dann kannst du übergespült werden oder so und wenn mal eins überbord ist dann kannst du nicht mehr so schnell wenn du eine riesen Welle hast dann findest du das nicht mehr ja also also Überlegungen oder wir haben ein ein Signal das Flugzeuge aufnehmen könnte das man aktivieren kann und so aber auf Hilfe von anderen Schiffen zum Beispiel kannst du auf dem Atlantik nicht hoffen weil die Segler haben eine ganz andere Route aber alles solche Sachen wir haben sogar vorher überlegt wollen wir uns den Blindarm rausnehmen damit nicht irgend unterwegs plötzlich eine Zündung hast und kannst nicht operieren und dann haben wir das auch mit Ärzten besprochen also das sind ja auch Sicherheitsaspekte du kannst schon dazu beitragen damit die Freiheit verantwortbar wird oder wir haben immer noch den Blindarm hatten aber zum Beispiel die Medizinische Berufe sie hat Antibiotika sie hat können spritzen und so und irgendeine Infektion wenigstens für eine gewisse Zeit und sie drücken im Gegenteil wenn du dir plötzlich überlegen was du machen musst dass du sicher lebst in der Freiheit dann musst du viel mehr überlegen als hier wenn hier etwas passiert ist zehn Minuten später das Krankenauto da und du musst gar nichts denken das passiert du musst nur mal anrufen das ist ein wahnsinniges Privileg wo wo man hat dass alles funktioniert oder das Stephen King sagt das mal auf Amerika bezogen wenn die Leute nicht mehr können oder nicht mehr können in dem Moment 911 anrufen dann verlieren sie den Verstand weil es ist wie alles klar eben durchgedacht und es ist nicht viel wo man selber denken muss ich muss diese Nummern anrufen das ist das einzige was ich wissen Notfallnummer das ist es und alles andere wird dann irgendwie schon erledigt nicht von mir ja das ist eben Arbeitsteilung ja aber das wäre ein Illusion zu denken ja einfach frei und man muss sich nicht mehr um Sicherheit kümmern im Gegenteil und das tut gut und es gibt dir darum auch ein gutes Gefühl du hast du hast ein intensives Lebensgefühl weil du bist schon verantwortlich für das und wenn es funktioniert ist das ich habe schon mal gesagt es gibt so etwas in das Urvertrauen ja ich meinte ich meinte als wir das letzte Mal gegessen haben hast du vor nicht gerade Sturm aber schon ein bisschen stürmischerer einen Gang erzählt und hat lieber gesagt ja der hätte nicht sein müssen so jemand in diesem Stil ja das passiert wird dann aber gleich trotzdem ja also guck eine von den Sicherheitsüberlegungen ist man segle nicht über den Atlantik in der Zeit in der Hurrikans entstehen ja das ist normalerweise so zwischen Mai und November und jetzt wahrscheinlich und nein also die Vorjahreszeit das bleibt sich aber jetzt werden sie einfach stärker ja wegen der globalen Erwärmung und wir sind 84, 85 über und ausgerechnet dann ist im Dezember dann kannst du normalerweise rüber weil es keine mehr gibt dann ist auch im Dezember ein Hurrikan entstanden der hat den schönen Namen oder sie hat den schönen Namen Lili und ist nördlich an uns zuerst auf uns zugezogen normalerweise ziehen die nordwärts die kommen von afrikanischen Küsten Richtung Karibik rüber und ziehen nachher nordwärts rauf die rotieren also die drehen mit dem Azoren hoch oder werden gesteuert vom Azoren hoch und wir sind dann vielleicht 100 Kilometer vom Zentrum weg gewesen haben das nicht gewusst haben das erst über ich habe nach kurzem einen Pfänger gehabt wir hatten keine Sendemöglichkeit an Bord ausser Zugabend Telefon aber das ist nur 20, 30 Seemail und dann habe ich immer Wetterberichte gehört und dann der Hurrikan Lili sei im Anzug und sei nördlich von uns und ziehen ja unerwarteterweise einen Moment südwärts und dann die Karten schauen und dann haben wir gesehen es könnte eine Kollision geben mit dem Zentrum das heisst der Wind wird immer stärker und dann haben wir gespürt es war Weihnachten zwei Tage vor Weihnachten ist das losgegangen und dann haben wir enorm riesige Wellen also wie Häuser bist du froh gewesen wenn es Nacht war wenn dich eben nicht mehr gesehen hast das ist irgendwie riesige Deutsche die auf die zugedonnert sind und wir haben zu gross und Genua alles eingegraut und sind eigentlich 6-7 Knoten Rumpfgeschwindigkeit unter Mast und Hackel gelaufen also ohne Sägel und haben einfach abgelaufen und mussten schauen dass es nicht quer dass es nicht quer stellt weil es über einen Kühlstaub ist und es die quer schlägt also eigentlich immer gerade gerade ab surfen das ist nicht so lustig der Wind ist noch gegangen es war schon stark es war wirklich 8 oder 9 aber die Quellen waren riesig und steil und dann habe ich gesehen und dann hat der Hurrikans zum Glück langsam abgetreten ist noch einen Moment parallel gelaufen und Weihnachten war dann sauber vorbei und dann haben wir Angst gehabt da haben wir wirklich Angst gehabt weil wir haben wirklich sicherheitsmässig gemacht dass man muss wir sind nicht in der Hurrikanzeit in der Atlantik wir haben gewartet aber es ist wie alles im Leben es ist nur eine statistische Wahrscheinlichkeit 100% gibt es ganz selten 90% sicher also machst du es und wenn man wenn man Angst hat ist ja noch spannend was dann passiert äh mental und körperlich äh man geht in so einen automatischen Modus über wo man einfach macht also du denkst ja dann wahrscheinlich gar nicht viel sonst ist wirklich einfach nur noch reagieren der konkrete Detail war nicht querschlagen ja beim Abensurfen beim also wenn es hinkommt es gibt dann auch dass du auf dem Kurs bleibst ja und die Windfahnensteuerung hat natürlich schon lange nicht mehr funktioniert das ist wirklich von Hand müssen also du tust von Hand tust das Schiff auf und die Welle gegen 4 Stunden und in Nacht ist es besonders schwer gewesen und du siehst ja nicht wie ja du siehst nicht du merkst natürlich wenn es wenn es die ziehen dann und dann läuft du surfst zuerst einen Moment ein paar Sekunden und dann läuft es ich habe vor allem wir haben Kielschwerter gehabt es ist ein Wattenkreuzer Schiff mit einem anderthalb Tonnen Schwert der auf 2,20 Meter runter ist aber wir konnten rauf nehmen darum konnten wir in die Heidegewässer trocken fallen was fantastisch ist wenn das Unterwasserschiff von streichen ja es gibt Länder wo sie das noch nie gesehen haben die haben gesagt wir müssen hier weg weil das Wasser geht runter und so und wir sind geblieben und haben dann Freude gehabt und klatschen aber eben wir haben die Schwerte genommen damit nicht quer darüber stolper ist damit es nicht wenn du seitlich wenn du seitwärts kommst und eine Welle drückt von hinten und unten ist ja die Schwerte unter dann kannst du dann stolper du quasi über und es ist gegangen du hast einfach aufpassen du solltest nicht mehr als 45 Grad von diesem Kurs abweichen und dann musst du konzentriert musst du das einfach durchziehen genau und das Landgang ist etwa zwei Tage aber auch wieder ist Weihnachten vorbei gewesen und das ist für mich die Weihnachten die ich nie mehr wieder vergessen die Verrückte war noch Livia hat irgendwo in den Pilgen eine Kiste wo sie Weihnachtskugeln drinnen hat und wir so für verstopfte Fendi und manchmal durch den Wasserabfluss verstopfen oder so hat sie einen Weihnachtsbaum gemacht Kugeln das sieht völlig ich habe das Foto es sieht völlig völlig echt aus und Weihnachten und dann war es ziemlich ruhig was durch ist ziemlich ruhig haben wir den dort aufgestellt auf dem Kompass Pfosten und dann ist der Weihnachtsbaum dort gestanden und das ist wirklich wie eine Lösung ja ja und was natürlich auch ein spannender Aspekt ist in dem Ganzen die haben das ja alles zu zweit gemacht also du brauchst ja dann auch äh nicht nur stabile sondern auch gute äh schöne Beziehungen wo das alles kann zusammen machen und durchstehen ja das ja das weisst ja nicht vorher ja so gut lehrst lange auch du lebst auf ein paar Quadratmeter wirklich weisst du schiffisch zwölf Meter das klingt jetzt noch gross aber das sind im Cockpit vielleicht zwei Quadratmeter ja oder nicht ganz und unten nochmal und der Rest ist Bank und Tank und das weisst vorher nicht und ähm ja das ist und ich sage immer als Witze ich habe mich maximal 15 Meter von Livia entfernen aber das Schiff war nur 12 Meter aber der Mast war 15 Meter hoch oder und für das Navigieren in die Karibik oder wenn es ein Riff hat dann steigst du immer im Mast hoch runter siehst du viel besser ins Wasser oder das ist ein Witz ähm nein das ist super gewesen das haben wir nicht gewusst aber es ist wunderbar gegangen aber die haben ja schonmal auf das vertraut die haben schonmal gedacht dass es funktioniert man weiss es nicht also wir haben unterwegs relativ viele Leute getroffen wohl eine sind unterwegs aber das zwei gestartet wirklich ja und irgendwann steigt meistens die Frau aus und sagt mit dem dummen Seich muss ich nicht mehr und dann immer Krach und der Lebensstandard von Urgroßmutter weisst du ein Segelschiff ist nicht eine Luxusjacht ja 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 da lebst du ganz einfach wir haben kaum Kühlmöglichkeiten gerade Livia hat Thünereien eingefettet mit Vaseline damit sie möglichst lang halbbar sind das tut sie mit Luft abdichten wenig Fische da haben wir sie in Essung eingelegt das ist wirklich der Lebensstandard von Urgroßmutter du hast nicht genug Süsswasser du waschest dich zuerst mit Salzwasser und so das ist wirklich nicht jedermanns also beim Camping musst du nur überlegen ein schöner Campingplatz super ja also nein es ist schön gewesen und gerade die Momente wo man Schlimmes erlebt da habe ich gemerkt da sind wir noch viel näher zusammengerückt und dann etwas Schönes passiert wo wir das erste Mal Wahlen gesehen haben das 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 plötzlich sind die da gewesen neben uns und sie taucht und sie wieder rauf gekommen wie in einem Disney Film wenn sie es nicht kann steilen wenn sie es oh komm mal das ist Wahnsinn weisst man sagt immer geteiltes Leid ist halbes Leid mit Freude ist ja geteilte Freude ist doppelte Freude das musst du können mitteilen und nicht erst jemandem erzählen miteinander das Dörfer leben wo wir das erste Land gesehen haben nach irgendwie nach 24 Tagen da nimmst du lange in die Arme und und Tränen laufen runter und sagst hey haben wir es nicht gut gemacht es ist aber du weisst das vorher nicht und ich habe eine wunderbare Frau und ähm ja bei uns hat das funktioniert ja 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 und das das tut ja auch ein bisschen der Kreisschliessen wo wir am Anfang darüber geredet haben dass eben wenn du wenn du dich nur über etwas definierst und dann irgendwie etwas Tolles erlebst dann hast du gar niemanden zum irgendwie das zu teilen sondern du hast das dann irgendwie für dich erlebt und dann schaust du um und sagst ja was hat das jetzt genau gebracht und wenn du mit jemandem etwas erlebst macht das alles ja wir sind soziale Wesen und die meisten von uns du auch ich auch ja ganz fest oder sehr ausgewalt lustigerweise aber aber ja sobald so eine kleine erste Schranken überwunden ist bin ich extrem ein soziales Wesen und ich bin einfach sehr schurch bevor die Schranken durchbrochen wird bist du verletzt worden nein ich glaube nein das ist wirklich im naturell ich brauche ich weiss nicht wie bei dir das ist die Leute können sich das nicht vorstellen dass wenn man auf einer Bühne steht dass man trotzdem kann auf eine Art scheich sein ja ja aber die Bühne situation ist die die ich so gerne habe weil es ist klar abgesteckt und es ist klar definiert ich bin für das da das ist der Raum den ich kriege für das und und irgendwie wo das angefangen hat hat das im achten Leben ein bisschen aufhören dort habe ich mir den Platz sonst müssen holen und darum bin ich dann sehr oft irgendwie so habe ich probiert im Mittelpunkt zu sein aber sobald ich die Möglichkeit sonst hatte hätte das im Privaten aufhören bist du ein ADS Kind oder nicht nicht diagnostiziert nicht ich glaube ich glaube das H weniger ähm aber ich habe mal ich habe mal so einen Internettest gemacht der ja sehr verlässlich ist ich glaube alles was im Internet steht und dort bin ich wirklich ehrlich gesehen und jetzt geheissen wahrscheinlich hast du gar nichts von dem und dann habe ich gedacht gut dann bin ich auf sonst bin ich auf sonst einen Trottel also weißt aber klar ich meine heutzutage wird jedes Kind äh wo irgendwie nicht ganz äh gesellschaftliche Norm definiert entspricht äh wird dann gerade nach einer Viertelstunde ADHS diagnostiziert und ähm ich denke bei mir hat man das wahrscheinlich auch damals ähm man hätte es einfach nicht gemacht ja macht erst dann Sinn wenn sich die Leute selber wirklich im Weg stehen oder ja und die Verhaltung ihrer Personlichkeit auf ihnen Fähigkeiten und wenn der eine oder der andere ein bisschen anders ist im Gegenteil dann macht das das Leben bunter oder ja absolut und für das bin ich die ersten vier Jahre sicher auch in der richtigen Schule gesehen du bist in der Steiner Schule ah ok und ah das erklärt Mengsi das ist so aber das tut mir auch erst retrospektiv dann auf einmal gesehen wo ich denke aha das ist nicht normal dass man einfach in die Schule kommt und der Lehrer sagt also falls jemand etwas vorführen ähm kann man das gerne nachher machen kann man sich schnell bei mir melden und ich meine dort habe ich meine ersten Comedy-Auftritte gehabt ok hast du deinen Namen getanzt äh das haben wir nicht einmal müssen ich habe sehr viel anders getanzt der Pfau und der Bär das finde ich ganz wichtig ich finde sowieso jedes Kind sollte jedes Jahr einmal irgendwie eine Aufführung dabei sein oder bei einer musikalischen Geschichte das ist bei uns ähm ähm das ist am Rand im Schulwesen ja in einer von den Initiatoren von Musikinitiativen die in die Verfassung ist die in die Verfassung gekommen ist die wir vor Jahren abgestimmt haben weil ich auch das Gefühl hatte dass Musikunterricht ähm irgendwie mehr an Rand gedrängt wird ähm manchmal noch freiwillig im Gymnasium sowieso und es gibt so genügende Studien die beweisen dass Musik erstens sozial macht sie macht Freude und zum Teil gibt es auch neurologische Untersuchungen die sagen es ist auch gut für die Hirne für die Vernetzung von den Hirnhälften es ist gut für Sprache zu lernen und so und dort wo man zum Teil auf eine Stunde in einem anderen Fach verzichtet hat sie dort Leistungen nicht einmal schlechter worden sondern gesamtheitlich sind sie besser worden ja aber Kantone haben das noch nicht so vorwärts gemacht und ähm jetzt eigentlich weil sie Bundesverfassung ist müsste irgendwann der Bund mal etwas machen ja ja aber ich meine Musik ist ja so ist ja so fest in unserem Blut dass wir es gar nicht bewusst äh wahrnehmen du natürlich schon als Musiker aber äh Musik ist gesellschaftlich so fest verwurzelt dass man es gar nicht mehr also das zum Teil ich sage jetzt mal bemerkt oder also vielleicht vielleicht manchmal sogar zu viel ja also weisst wenn du es überlegst früher schon übrigens so mit Bildern mit der Bilderflut so ja es hat Zeiten gegeben wo die einzigen Bilder die du gesehen hast also meistens in der Kirche gewesen ähm ähm keine Fotografie gegeben es hat äh es hat vielleicht mal einen Maler gegeben aber wer hätte es schon gesehen ja Musik hat es gegeben wenn sie live ist aufgeführt worden es hat keine Möglichkeit gegeben es hat keine Möglichkeit gegeben das ist erst in den letzten 100 Jahren passiert sie sonst zu verbreiten und stell dir vor wie du wie du gefreut hast ich lese auch über über ähm eben klassische Komponisten oder so wie die was für eine Zeit ist da hat keine Musik am Hof befürchten und so das ist privilegierte Geschichte und dann hat es vielleicht noch gewisse Volksmusik gegeben wo aber auch nicht im gleichen Rahmen stattgefunden hat und nur bei gewissen Gelegenheiten und so dann hast du dich richtig gefreut wenn du mal Musik gehört hast und heute ist vielleicht auch ein bisschen Overkill du hast überall und jeder hat überall und immer etwas im Ohr und so ich frage mich ob man zur gleichen zum gleichen Musikgenoss kommt wenn man permanent der Musik ausgesetzt ist und vor allem ob man die Stille noch erträgt auch Musik manchmal ich höre ich Stücke auch wiederum wie der Klassiker da wird es ganz ruhig und ganz still und hört es immer bumm 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 also es ist eine Frage es ist eine sehr berechtigte Frage ich glaube ich glaube was ich merke ist dass so das bewusstenlose sicher weniger geworden ist also ich meine das sind ja die alten Geschichten mit schon nur noch meine Kindheit ist gesehen ich habe mein ganzes Sackgeld für CDs verballert und zum Teil hast du ein Album gekauft weil ein und du hast noch eingeredet der zweite Song der drauf wirklich gut ist und dir wirklich gefällt aber du hast das ganze Album gekauft für 36 Franken oder was du siehst so und und das hätte ich dann ein bisschen gezwungen halt das ganze Album zu losen weil du gefunden hast ich kann jetzt nicht nur wegen dem einten Lied 36 Franken gezahlt haben also es ist ja schon ein anderes Investment da nicht nur finanziell sondern auch mental und du hast etwas in der Hand ich habe dann immer im Tram nachdem ich es im Citydisc oder im äh im Roxy hat der andere geheissen bin ich zu kaufen habe ich natürlich bevor ich es ja hören konnte habe ich es schon im Tram habe ich es aufgemacht habe das Buckle da angeschaut was schön war grossartig habe ich gelesen wem die Leute Danke sagen weisst und äh und schon geschaut zum Teil irgendwie wer hat was geschrieben weisst weil irgendwie denkst du dann so das ist ja stundlich dass sie das interessiert hat vor allem bei der Popmusik hat es mich interessiert weil ich dann eben so gemerkt habe singt die Person das einfach und ich habe dann immer so gerade so ein anderes Gefühl von Commitment gehabt wenn ich gemerkt habe oh der Text ist irgendwie auch zu teilen von der Person genau das ist mehr das ist mehr Songwriter ja und äh und das weisst du aber ja erst wenn du es gekauft hast also sofort hast du es nicht erfahren hast du es nicht googlen oder was weiss ich hast du ja Singles gekauft ja hast du ja wenigstens zwei Titel gehabt nur genau hast du es wenn es jetzt eine Remix ist die niemand gebraucht hat Verlust empfunden vor allem im Artwork wo man von LP auf CD umgeschaltet hat das glaube ich die kleinen ja auf der anderen Seite für uns für das Trio und auch für mich ist das ist natürlich auch positiv gewesen weil die Leute haben dann die CD nachgekauft natürlich und die Kassette hat es auch noch gegeben zum Teil haben die Leute dreifach gekauft und jetzt zum Teil sogar vierfach weil sie nochmal die LP gekauft haben auf Vinyl oder ja das kommt ja oder schon ein Zeitchen ja weil das mache ich ja gern äh das ist für mich jetzt eben noch wirklich ein bewusstloses ja sonst ist der Finger zu schnell um irgendwie mal weiter zu drücken aber ich habe ein paar Platten und wenn ich dann eine von denen auflege dann wird die durchgelost aber äh du hörst schon zum Beispiel Spotify oder so ja wo du selektiv das kannst oder deine Liste die du hast oder genau genau hat natürlich auch muss ich sagen Vorteile äh nebst vielen Nachteilen aber es hat einen grossen Vorteil der ganze Backkatalog von allen Künstlern die da drauf sind ist da und ich merke das mit Peters und Marco ich merke das vor allem mit meinen Sachen die meine alten Sachen weisst wenn du äh die LP oder die CD oder die Kassette ja dann hast du das Zeug nicht mehr hören das ist fertig gewesen ja und jetzt kannst du es für immer und ewig hören und das gibt dir natürlich trotzdem im Jahr ein paar Millionen äh Streams oder ja es ist natürlich fantastisch für für Künstler obwohl es pro Stream fast nichts gibt oder wirklich nichts irgendwie wie du es extrem kannst wahrscheinlich nicht einmal Kaffee kaufen oder ja aber es macht es erreichbarer ähm für Lieder die man sonst nicht mehr findet du findest wirklich alles von dem her ist das positiv das glaube ich auch und ich glaube der Künstler in einem möchte ja dass möglichst viele Menschen etwas hören können etwas sehen können und die ganze Industrie dahinter ist wahrscheinlich ein bisschen äh schwieriger und fragwürdiger aber ist bei uns zum Beispiel auch so ich tue ja auch gerne etwas auf Social Media ich weiss dass ich mit dem nichts verdiene aber ich weiss dass es mehr Leute gesehen und das bewegt sich dann vielleicht wieder äh mehr live zu schauen also man muss es halt immer so ein bisschen als das akzeptieren wo es ist ja man kann natürlich trotzdem sagen dass es nicht nur toll ist so nein eben die Social Media sind manchmal sehr unsocial oder mhm definitiv aber ich meine dort ist auch zum Beispiel der bewusste Entscheid dass ich ein ganzes Soloprogramm auf YouTube tue das ist jetzt nicht wie irgendwelche Social Media aber es ist halt auch eine Gratisplattform natürlich und du sagst werdet ihr Komiker weisst Musik wird zum Teil von YouTube vergütet sehr bescheiden aber das hat man durchgebracht im Urheberrecht ja wie ist es bei den Komikern null null du kannst dein Programm urheberrechtlich nicht schützen nicht dass ich wüsste ich kann ich kann pro literis mit 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 Text sozusagen ja ähm aber das eben ist zum Beispiel noch nicht auf YouTube das ist einfach wenn beim SRF irgendeinem ich einen Auftritt hatte dann wird dann läuft es über pro literis genau sehr sehr wenig Geld pro Minute einem verrechnet aber eben vielleicht schaffen es die dass sie auch von YouTube genau wie es die Suiza schafft und das Urheberrechtsgesellschaften von YouTube Geld zu bekommen und das pro literis vielleicht wird es vielleicht irgendwann vielleicht irgendwann du musst vorschlagen ja ja aber egal es sind ja dort so oder so so wenig tausend Klicks ja aber das geht nicht darum ja ja wir reden hier von einem Thema wo wo ganz wichtig ist für alle wo irgendwo künstlerisch tätig sind ach dass man das Gefühl hat geistiges Eigentum kostet nichts absolut ich erlebe ja das taurend da wird wird irgend wird Zeug genommen und wird verändert ähm manchmal schon grossige Sachen draus gemacht und das ähm darf man nicht oder es wird verwendet und es macht jemand ein Geschäft mit deinen Texten oder so und dann musst du einschreiten und das Bewusstsein ist manchmal nicht einmal vorhanden dass das ja jemandem gehört und dass man da vielleicht besser zum ersten Mal um Erlaubnis fragt ja 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 oder vielleicht sogar mal Suiza anfragt äh darf ich das kostet das so etwas da gehst du auch nicht mit dem nächsten Bett rein und nimmst irgendwas weg aus dem Gestell gehst du wieder raus ja ja ähm und das ist auch das Problem die Verfügbarkeit von all den Sachen wo man das Gefühl hat weil es vielleicht physisch nicht ähm kann es nicht anlängen oder sondern es ist äh ein Begeistungseigentum da müssen wir Künstler müssen wir schon wehren und am Anfang wo die CD gekommen sind da hat es unglaublich viele äh Orte gegeben wo das Zeug gratis hast du können abladen und das hat jetzt aufgehört dass wenigstens dort ähm kommt mir jetzt etwas über die Före das ist so ähm ich glaube der Ed Sheeran hat gesagt das Streaming ist ja eigentlich die Reaktion gesehen auf die Musikindustrie wo wirklich zu gierig geworden ist weil sie eben gefunden haben wir verkaufen für 30, 40 Franken verkaufen wir sehr viel Schrott will ich jetzt nicht sagen aber eben ein Single langt ein Single langt und dann wird das Album mit Füller irgendwie ähm aufblosen so in der Popmusik oder und die Leute haben sich irgendwann individuell haben sich einfach wehren gegen das indem sie halt illegal Streaming oder illegales Downloading ja entdeckt und produziert haben weil irgendwie du zahlst also ich habe immer gern für Musik gezahlt aber eben es hat immer irgendwie müssen auch immer Verhältnisse Ja also ob das nur die unersättliche Musikindustrie war glaube ich nicht es sind viele Platten vielmals zu Grund gegangen das muss man so schon sehen es ist einfach die technische Möglichkeit die es plötzlich gegeben hat dass man das kann anbieten abgesehen davon haben Künstler von der Albumgeschichte natürlich auch profitiert ähm ich habe ändert mir stört ändert dass man geistiges Eigentum manchmal nicht respektiert aber nicht aus bösem Willen sondern weil man nicht darüber nachdenken ja 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 dass irgendjemand einen Text nimmt und den für irgendetwas verwendet ohne um Erlaubnis zu fragen das ist in der Comedy genau das gleiche also das ist das ist zum Glück dank dank neuer Medien ist das etwas weniger geworden weil man halt alles kann kontrollieren ja alles kann zurückverfolgen aber ich meine also auch in der Schweiz und an vielen Orten hat es ein paar auch grosse Komiker und Komikerinnen gegeben vor allem Komiker damals ähm wo einfach zum Teil eins zu eins Nummern aus Frankreich oder aus England aus England wo ich weiss ja England Amerika ähm einfach auf Englisch übersetzt haben so und das ist ja gut und das soll sie sagen das ist dann nicht von mir am Anfang oder so sondern das ist von dem und dem und wenn möglich vielleicht noch um Erlaubnis zu fragen richtig und meistens freut sich ich habe immer in der Erfahrung gemacht zum Beispiel bei Bearbeitungen ja ich habe viele Bearbeitungen gemacht ähm äh bei Sachen und bin immer wieder an die Verlage gelangt und sehr häufig amerikanische Verlage sagen njet oder no die russischen würden njet sagen und nachher habe ich mal einen anderen Weg beschritten und habe weil ich die Möglichkeit hatte den Komponist direkt zu kontaktieren ja das habe ich gemacht ähm bei einem Weihnachtslied äh mary's boy child jesus christ da 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 ganzes berühmtes und von ihm gesungen hat aber auch ein riesen Hitschön Amerika ist gewesen und der das war der Chester der das geschrieben hat und den habe ich wie eine Plattenfirma die Adresse von dem erlebt noch und dann haben wir einen Brief geschrieben und gesagt ich will gerne eine schweizerdeutsche Version machen und der Verlage hat gesagt ich kann nicht die Frage wo die Schweiz dann sei und wie viele Millionen wir verkaufen und so äh und dann hat er damit zurückgegeben und hat gesagt super er werde ich das ähm veranlassen und er freut sich sehr darüber dass dieses Lied jetzt auch in der Schweiz zwar in der schweizerdeutschen Version aber immerhin ähm zu gehören sei und so weiterlebe ich und das hat funktioniert also es liegt dann häufig nicht an den Künstlern selber sondern an den Leuten dazwischen die da abbremsen ja das kann man vorstellen weil das das ist ja zum Beispiel auch etwas wenn man allein das Zeug macht ähm ich hatte immer Angst dass das habe ich ja schon erlebt bei anderen dass ihnen etwas vorenthalten wird es wird ihnen nicht einmal mitteilt dass die Anfrage gekommen ist oder dass das die keine Ahnung Zusammenarbeit hat können sondern das wird proaktiv vorher schon abgewendet abgesagt ohne dass es Person X überhaupt jemals ins Ohr bekommen hat klar weil erstens kommen die viele Anfragen und zweitens sind sehr häufig Beamte oder ähm und nicht immer im Interesse von der Sache dabei können ganz tolle Sachen entstehen ja zum Beispiel vor ich glaube zwei Jahren ist das er habe ich ähm eine Anfrage aus München überkommen und der Typ am Telefon war und sagte sonst die Peter Reben ja da bin ich was er will ja wie so eine Gruppe die heissen die Hunskrippeln die Hunskrippeln ja die Hunskrippeln ja was möchtet ihr denn ja wir möchten das Lied die die Swiss Lady die haben sie geschrieben ja ja das möchten wir machen machen aber mit dem Titel Lederhosen Amore Lederhosen Amore Lederhosen Amore da habe ich gesagt könnten sie mir mal den Text schicken und er sagte ja das machen wir dann habe ich einen Text bekommen das ist ein lustiger Text gewesen ja da habe ich gesagt okay die Beteiligung ich habe noch am Text dann habe ich das gemacht wenn ich das Internet ging schaue ich das ist millionenfach gestreamt worden kannst du das mal hessen nehmen die Lederhosen Amore die Hunskrippeln und wird in Deutschland mehr gespielt als das Original von der Swiss Lady und wenn ich jetzt nicht darauf ein wäre gegangen und irgendein Verlag wäre gewesen 5,2 Millionen wow biologisch der Text Swiss Lady sie ist meine Swiss Lady das funktioniert ja das funktioniert ja nicht auf der Wiese und wenn du da jetzt gesagt hättest was Lederhosen Amore und die Band heisst die Hunskrippeln ja kommt gar nicht in Frage ja 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 da wäre nichts passiert dabei ist das lustig es ist nicht unanständig das wird es wird im Oktoberfest hoch und runter gespielt und als Verleger und Komponist habe ich natürlich Freude wenn so etwas passiert ja logisch weil es verbreitet sich ja dann auch wieder ja und aber eben das Schöne ist wenn man da direkt mit überkommt und kann entscheiden ja macht sicher macht sicher einerseits mehr Sinn und gibt einem ein anderes Gefühl von Befriedigung eben weil man hat ja selber wieder etwas damit zu tun hatte so schau mal schau mal auf die Uhr wir haben jetzt 90 Minuten haben wir jetzt gemacht wirklich ja ist das so lange vorgekommen nein gell wir auch nicht also noch eine Minute dann haben wir 90 erreicht ok du musst sagen was wie wenn ich weiss nicht wie das geht ob der abschliesset oder du wir machen ein ganz kurzes also ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken dass du da warst ich habe dir sehr 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 gerne einmal mehr zugelost und eben ich glaube zwei drei Leute vielleicht zum ersten Mal aber sicher nicht weniger gern los ähm vielleicht habe ich viel geredet nein aber du hast mich halt du hast auch da gute Fragen gestellt gell los Joel ich bin riesen Fan von dir du weisst ich ich bin freiwillig an deine Vorstellungen gekommen ich habe wollen das stimmt jeden Preis auch in der Corona-Zeit ich würde sagen eine von der äh mit der zumindest es hat dann auch viele Leute ich habe dich gestaunet er denkt wir sind ganz alleine die kommen doch auch nicht die haben Angst aber es war legal ja und ähm und ähm du hast dir alles Gute du hast noch einen langen Weg vor dir und hoffentlich äh äh spannenden und was ich an dir liebe ist genau das was du gesagt hast es ist nicht alles genau vorgegeben sondern du hast Raum für Kreativität und das wird sicher dafür sorgen dass da immer wieder gute Geistes blitzen rein kommen zu dem du bist du bist ein Basler und äh die Situation einfach gut das ist so das merke ich ja auch bei deiner Frau also vielen herzlichen Dank auch für die netten Worte äh schätze ich wirklich sehr ähm ich ich bin wahnsinnig froh dass wir äh äh ein paar Mal in Beizen sind essen äh äh von Kameras begleitet äh und uns so haben kennenlernen weil äh du bist äh für für mich und für viele andere äh eine absolute Bereicherung und ich schätze jedes Merci jedes Zusammenkommen mit dir nicht nicht nur Liebe geht durch den Magen auch Freundschaft definitiv alles Liebe äh auch der Liebe natürlich und äh danke Christoph Merci Macht's gut Peace 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 Peace